Ich bin von ganz Schlecht zu Schlecht, von Schlecht zu Besser, von Besser zu Gut, von Gut zu Söhrgut. Ohne Anregie, ich warte wieder zurück. Ich sehe das Resultat, dass sie nicht Farbe kennen mit Worten. Und Worte sind für mich immer noch eine Sprache, wo man nicht alles damit sagen kann. Und wenn man sie leiten kann auf ein künstlerisches Mittel, das sie sich ausdrücken können, dann erkennen sie sich sehr schnell selber dort rein und sie wissen, ohne dass ich etwas sage, was fehlt. Es gibt ihm nachher meistens auch das Vertrauen, das sich nachher auch im Gespräch herausstellt, wo man nachher auch darüber reden kann. Aber in erster Linie ist das Malen und das Zeichnen eigentlich die Sprache, die man für sich selber sucht. Und auch im Malen, im Zeichnen eine Lösung für sich selber findet. Das ist ein V enf proposierter Malen, im Zeichnen einer Min brands Marcus Schlecht. Das ist ein Vogel-DimApprische. Vielen Dank.